Ich hasse Kettensägen-Typen. Das war gefährlich, was ich da gerade getan habe. Wow! Das ist gerade nachgeladen! Idiot! Warum lädst du nach? Das ist ein Zombie! Das gerade voll hingekrochen, ne? Da kommen wir auch Zombies mit der... Ah ja, da meinen Schüssel schnappt. Okay. Ja. Das war nicht sein, nicht. Idiot, warum hat der einfach... Hat den einfach Schulz nachgeladen? Ja! Okay, das ist doch... Oh nein! Wir müssen dort wechseln, nur zu einmal ein Stück der, zum Beispiel der. Du musst mir vorzeigen, wie man richtig stirbt, ne? Ja. Genau. Das ist ja auch eine Fähigkeit, die Agent nur nennen muss. Ja, richtig sterben. Okay, wir müssen das industrialisch besser machen. Man sollte sich nichts nehmen, was einem nicht gehört. Man könnte doch hier auf die Dinger draufstehen, ne? Also... Reiter hoch. Hopp! Ich glaube so, dass der auch hier hochkommt, aber... Ja! Der kommt hoch. Ich finde es immer wieder geil, ja, diese Bänke, ja, wenn die Bänke stehen und du läufst da an. Aber die Bänke bewegen sich nicht mehr. Ja. 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 Und dann würde ich Zombies. Ja. Also... Wo hier der? Und du bist unten. Da ist es so etwas Kisses, um in Mord rein rein zu gehen. Ja. Halter. Ooh, ich bin amsterben. Ich bin amsterben. Ich bin amsterben. Oh Gott. Oh Gott. Nein. 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 Äh, ey, 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 ey... Hä brat... Nein, nein. Da- n- n- inn... den還... 함... wir sind besser auch einfach da er bildschirm hat um ich kann einfach mal zu bewegten aber auch die bestatten schlüsseln und fähigkeitspunkte ich muss jetzt mal die Munition noch ein bisschen drauf und nehmen hier hat ihr das Auge? Waaah, Alter! Wo kommst du her? Jetzt tauchst du! Waaah! Zombies da aber echt! Die nerven da nur richtig hier! Da bist du, ich hab dich! Da! So jetzt aber! Hier die Nummer, Munition für das Sturmgewehr, was ich jetzt fast leer geschossen hatte. Hier lagen Pfeile, Explosivpfeile, hier sind noch zwei Kisten. Mit Pfeilen und Sturmgewehr irgendwo. Fähigkeitspunkte! Oh! Das werden wir ja noch so öfters hören, Fähigkeitspunkte. Fähigkeitspunkte! Der Diction muss ja auch lernen, nicht nur Türen aufzumachen und anzugreifen, er muss lernen auch Schlüssel aufzuheben und nicht nur Munition. Genau! Okay, wieder hoch. Fähigkeitspunkte! Fähigkeitspunkte! Ja! Fähigkeitspunkte! Fähigkeitspunkte! Da kam grad ein Bus! Äh... Da hab ich jetzt... ...auf auf einem Bus... ...gegen einen Kettbewerbsegentypen, der mich gleich mal... ...einmal erwischt und mich fast töltet. Er kommt zu mir, hau mich! Nein, er hat mich zu mir! Ich hab dir die Hand abgesägt! Ah! Auja! Noch mehr... ...abgesägt! Echt geiler Tod, ja? Ja! Und Ada schreit nur... Also ich kann mich mit dem Endhagen rüberschwingen, aber ich glaub du schaffst das nicht. Ich bin nicht um die halbe Welt gereist, um Spielchen zu spielen. Ich hab Angst vor dem Typen! Einfach durchrutschen! Waa, Alter! Okay, jetzt glaub ich, das ist sein Leben das nächste, hier, ja. Hier! Was? Hier! Ah, ja, ja! Hab ich's! Hab nicht gesehen! Scheiße! Ich lass mich lieber von deinem Schild... ...Grafgeschild... ...niederbäckern! Ja! Achtung, ist er wieder! Den müssen wir nicht... Also den hören wir auch ausweichen, der ist nicht so... Ah! Nicht allzu schlau, also wir können auch hören, wenn wir warten, bis der... ...irgendwann aufgibt. Haben trotzdem lange gedauert, aber... Ja! 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 Ich komm schon, da hier will! Du musst. Du, 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 du... Du, du, du! Du musst nur nirlen, wir müssen hier einfach nur durchhalten bis dazukommt. fähigkeitspunkt naja auch aufs und weise mann medizin auch dabei ich hab pfeile bekommen normale pfeile und fähigkeitspunkt ich hab auch fähigkeitspunkte in position bekommen ich glaub sie gar nicht okay die pfeile findet er relativ unspannend das heißt du musst irgendwie mit um das hallo das sieht so aus es hat so getan dass sie gleich gestorben ist es hätte viel erdrücken müssen glaube ich ja ja besser gewesen ah jetzt kommt nochmal ok vier Eck hab ich und x ah jetzt hab ich x nicht getötet ah Mist jetzt fall ich nochmal hin und wieder mal schreit der agent einfach nur merkwürdig an ich habe jetzt brauche ich wenigstens die Welt kann ich ihr gut wohl auch die Trost zurzeit zu leben das muss ich es ist 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 ich sie war ja ich war wir können noch ab jetzt bin ich auch wieder da das ist besser so mit dem Schaffungsgewerden die Beine schießen bei dem nein ich treffe nur nett Lalalalalalalala Alpha HQ, Ada Wong gesichtet, starten Verfolgung! Hier HQ Ada Wong wurde gesichtet, am Kanal ich mache mich dann auf den Weg zum Uah Hilfe, aaaaaaah rütteln rütteln Bam Knapp Das ist glaube ich, da habe ich dann die Sinne, wenn das jetzt Jake und Sherry auf den Weg greifen müsste sein Joa, einfach nur durch die Klar ist eingestiegen, ja Jetzt ist das Vieh genauso gelandet wie Ada vorhin Gegens Schild gedonnert, runtergefallen Ja, jedem das Seine, ne? Aber eine Emblem haben wir doch, das haben sie glaube ich noch bekommen Wie ist die Katze Kugelkugelkugelkugelkugelkugel? Das ist der Zombie-Express, ne? Du Doppengänger reun nach Den envision eine Kugelkugelkugelkugelkugelkugelkruppe Kugeln fürs Schausschüsse-Gewehr und sonst halt nicht mehr alle Schuss für mein TMP oder was es immer sein soll, Schiebistolle, jedenfalls mit dem. Yeaaah! Oh, Leon! Hahaha, Leon schnitt grad ab! Oh man, irgendwer hasst die ganze Welt. Yes? Ja, jeder kann das mehr. Sparen zu fahren. Kletter-Service. Hahaha. Und jetzt hier ist das letzte Emblem in dem Level. Da unten. Wo ist das sein? Ja, ich hab's grad gesehen auch. Da hast du's gesehen. No, wo ist das? Hä? Das ist doch da irgendwo. Da! Da, in dieser Ecke da drin. Da, ja, da sehen wir's, okay. Mit, dann sehen wir's auch hier da. Da, da. So, okay. Mensch, die Leute können die übrigens auch nicht in die Mülltonne werfen, ne? Wir müssen diese Säckchen da einfach so auf die Stiegen werfen, ne? Ich dachte, China wäre ein bisschen weiterentwickelt als wir, aber nee. Thema Mülltonne haben die auch nicht mitgemacht, glaub ich. Hahaha. Mülltonne, was ist denn das? Europäische Rästig. Und die Europäer haben die mal ein, ne? Ne, 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 ne. Hahaha. Das dürfen wir Jake und Cherry beschützen. Hahaha. 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 Ah, da sind sie ja. Ja. Was mir gerade auffällt ist, die hat einen pinken Laser gehabt, aber ich hab auch nochmal einen grünen eingestellt. Cherry Birkin. Dann ist er also der Wirt des Zevios Antikörpers. Hm. Sie sind anscheinend nicht allein. Ach Gott. Hahaha. Sauber. Ist getroffen. Die Grünschenäbel brauchen wohl Hilfe. Ja, brauchen sie das, die Grünschenäbel. Hahaha. Dann sollten wir ihnen nicht unsere Hilfe geben. Ja, da war sie plötzlich so schnell auf dem Boot. Jetzt kann ich mich für die Güte ihrer Eltern revanchieren. Jetzt ist der richtige Moment. Ja, Güte ihrer... Hahaha. Güte ihrer Eltern muss man etwas weiter fassen. Denn... Ja gut. Aber hat Ada wirklich mal mit William Birkin zu... Oder Annette Birkin ja doch. Annette Birkin hat ja... Annette Birkin hat ja... Annette Birkin hat ja... Annette Birkin hat ja... Also Wolt Ada anschließend hat aber niemand getroffen. Und Wesker? Was hat Wesker mit Ada gemacht? Hm. Keine Ahnung. Da fehlt mir jetzt die Verbindung. Okay, und jetzt weiter. Komm mit, Agent. Ich bin schon da, Ailo. Wie machst du das? Das hab ich gelernt von Son Goku. Naja. Mach nochmal. Momentale Teleportation. Und da bin ich schon! Super! Ich lass dich vorausgehen nur damit ich nachteleportieren kann. Langsam, ja. alle heißt es wird halt wird wird es ist eine gute gute Formulierung für Problem dafür dass wir heute nichts mehr tot bleibt weil er bis jetzt noch kein einziges Virus wirklich wieder eingedämpft wird nicht wirklich da war aber Könis Kraut eben bei mir ja bei mir auch nur ich habe kein Platz mehr ich habe erst eine Hilfe-Spray ich habe 101 Munition für die Pistole dann habe ich 50 Munition für Gewehr und 73 für Sturmgewehr sieben Granaten zwei Granaten Achtung schwer wer alter da sind irgendwie fliegende Viecher da ist gerade was explodiert ja ich teilweise hallo 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 was du da oben ja da hab ich schon sagen was du da oben das ist ein Fluffy Denkst du die merken dass wir dich dann aber schon eine Brandgranate also eine Granate hinschießt ne oder eine Brandgranate jetzt haben wir es gemerkt das ist das Vieh jetzt endlich tot